Also wir sind ein Familienunternehmen in der dritten Generation. Wir kommen aus Weinstadt-Endersbach. Dort haben wir Kindermöbel, Spielsachen, Kindermode, Kinderschuhe. Also das war's für das Kinderzimmer auch. Und Kinderwegen und Autositze. Und im Prinzip alles für Kinder von 0 bis 14. Und hier beim Fluxus, da haben wir uns darauf konzentriert, jetzt nur auf Spielwaren. Also alles, was man so zu Weihnachten verschenkt. Hauptsächlich haben wir Zukaufprodukte. Wir haben auch ein kleines eigenes Programm, wo wir selber herstellen. Das sind aber ausschließlich Möbel. Also der Würfelhocker und Würfeltisch gehört zu unseren eigenen Produkten. Ganz toll daran ist, dass es fürs erste Sitzen für die Kinder gedacht ist. Und dass es mitwächst. Also das ist die erste Position sozusagen. Dann dreht man das Ganze hier um und dann wird das hier zum Tisch und alles wird ein bisschen größer. Der Unterschied zwischen dem Laden hier und dem Laden in Weinstadt in Endersbach ist, dass wir in Endersbach auch viel Möbel haben. Kinderschuhe und Kindermode und auch Kinderwegen und Autositze. Und dort haben wir über 800 Quadratmeter und hier eben einen kleinen Raum nur mit Spielwaren. Falls Fluxus verlängert wird, würden wir weitermachen unter der Voraussetzung, dass die Miete nicht erhöht wird. Steibe für Kinder ist hochwertig, ausgesucht und hat tolle Ideen für Kinder. Die Miete Sind 95 Lange